Dominiks Smartphone wurde vorgestern Nacht bei ihm zuletzt eingeloggt, kurz vor 19 Uhr. Dann wurde es ausgeschaltet und nie mehr eingeschaltet. Verstehst du? Da stimmt was nicht. Ja, weil er nicht gefunden werden will. Moin. Hey, Alva. Hallo. Hey. Kannst du aufstehen? Ja. Bier. Komm. Wahrscheinlich sitzt er sowieso längst in einem anderen Hafen. Dann müsste er aber geschwommen sein. Ich habe jetzt die Aufnahmen der Überwachungskameras der Schiffe gesichtet, die vorgestern Abend noch gingen. Eine nach Sonderburg, eine nach Vorbohr-Song. Dann die vom Ticketschalter und diese hier vom Restaurant. Kein Dominik Wiesner, weit und breit. Also, wenn er wirklich zum Hafen unterwegs war, angekommen ist er nicht. Okay. Hier ungefähr hat ihn ein Klassenkamera zum letzten Mal gesehen und hier ist er nie angekommen. Das heißt, irgendwo in diesem Bereich ist er verloren gegangen. Danke. Das heißt, irgendwo in diesem Bereich ist er noch nicht. Wie soll ich das? Das ist ja. 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 Und? Nichts. Wo gehst du hin? Ich bin gleich wieder da. Okay. Hi. Nein, nein, nein. Weiterfahren. Was soll das? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass es gefährlich ist? Meine Mutter weiß Bescheid. Außerdem fahre ich nur bei Frauen mit. Okay. Was wollen Sie? Winter, entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen diesen Jungen hier. Er wird seit drei Tagen vermisst. Nicht gesehen. Können Sie noch mal schauen, bitte? Immer noch nicht gesehen. Was ist das für ein Geräusch? Darf ich? Nee, Murat. Mein Neffe hilft mir mit der Heizung. Okay. Gut. Entschuldigung. Wiedersehen. Tschüss. Der Junge ist über alle Berge. Längst weg. Nee, der ist hier irgendwo. Wir erweitern das Suchtgebiet und machen morgen weiter. Ja. Du musst nur weiter. Ja. Du musst nur weiter. Holt der schon was? Mein Ende. Ich hole es raus. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte.